Ich hab keinen Bock auf Schmalz, ey. Ähm... Fisch? Schmalz. Oder Schmalz? Schmalz, ja. Schmalz. Ich hab keinen Bock auf Schmalz, ey. Ich auch, oder? Muss man den Nahrer waschen. Alter! Können die noch bitte ein OP-eres Team kriegen? Jetzt bitte noch eine Leona, komm. Bitte, bitte pick eine Leona. Komm, pick ein OP-Champion. Ach, nö! Die Auffassung wird lustig, Alter. Richtig lustig. Ja, es wird nicht lustig. 4 Uhr knallvoll nach Hause kommst, deine Frau mit dem Besen auf dich wartet und du fragst, bist du am Putzen, oder fügst du noch weg? Oh, Schelle. Oh, Junge. Oh, warte, Julian, Julian, Julian. Ich hab einen richtig geilen Witz für dich. Scheiße. Also, ein Typ sitzt so an der Bar, ne? Mhm. Trinkt so sein Bierchen. Auf einmal läuft an ihm vorbei ein weißes kleines Pferdchen. Er denkt sich so, what? Hab ich irgendwie Hallos oder so? Nein, hat er nicht. Kommt das Pferdchen zurück. Er so, okay, fragt den Barkeeper. Ja, du, warum ist hier ein Pferd in deiner Bar? Sagt der Barkeeper. Ja, geh mal nach unten. Hinterm Gurkenfass im Keller, ähm, steht, äh, ist so ne Fee. Kannst du dir was wünschen. Geh da runter. Kommt 20 Minuten später wieder hoch. Mit, äh, einem Schwein unterm Arm. Äh, mit einer Melone unterm Arm. Schwein, was ihm hinterher dackelt. Sagt er so zum Barkeeper. Ja, du, ich glaub, die versteht mich nicht so ganz. Ich wollt eigentlich eine Million in Schein. Sagt der Barkeeper. Ja, denkst du, ich hab mir einen 30 cm großen Schimmel gewünscht? Oh, Mann! Gut, Leute, äh, hallo rüber, liebe Freunde. Was, okay? Oh, ne Wunderschöne. Krank. Krank. Nein, Hero Leisure. Angenehm. Gesund. Einen Blick auf den Tisch. Tolle Beine. Echt, findest du? Ja, ein normaler Tisch wäre schlecht zu sagen gebrochen. Okay, ähm, ja, heute mit you, Jan. Eine Wunderschöne. Pantheon Jungle. Wir haben eine Fiora auf Toplane. Ich spiel Assi mit. Wir haben meine Kinderlaufen als ADC und eine Sona als Supporter, die... Level 6 oder Level 7 ist. Die hatten... Ja, Championship für 6 glaub ich. ...Lianis, äh, das Dingszeichen gedönst. Wie schreibt er 187? Hat er, äh, High and Hungry? Das ist schön, muss was essen. Wer hat das geschrieben eigentlich? Die Bane. Okay, ich werde jetzt am Anfang wahrscheinlich wieder das Lasted und total verkacken. Das passiert mir mit Asien nämlich öfter. Am Anfang, ne? Ekelhaft. Der einzige Vorteil an Pantheon im Jungle ist, sobald die Mobs lowlife sind, kritzert man nur noch. Ja, gut. Ist doch schön. Ich würde mich jetzt nicht beschweren, du. Boah, Quatsch. Warum pingt Caitlyn denn so mega? Oh. Diese Moment, wenn man realisiert, man macht einfach keinen Schaden. Okay, ich glaube, ich habe bisher jeden Lasted bekommen. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Hättest du mal nix gesagt. Ja, echt so. Und schon wieder einen nicht bekommen. Okay, jetzt, jetzt, aber jetzt reicht's langsam so. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt, jetzt, ähm, ist okay. Ich meine... Kaum schon. Du musst dich konzentrieren. Konzentration. Kann ich den wieder mal ausrasten? Nein! Ich habe sogar den Big nicht bekommen. Deine Mutter hat den Big nicht bekommen. Kann ich so bisschen seine Mutter dafür? Hä? Hä? Vieles. Alles. Weil gay. Weißt du was, was denn meine Mutter als gay? Ich hasse Azir im Early. Er ist so anstrengend, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich kein Damage mache. Und wieso habe ich einen Ping? Ich habe auch einen. Voll 38. Einen hohen Ping. Ach, komm 50 Gold. Ich ging auch noch hin. Sehr 운동. Wir mussten Wälder, wo wir in der Defensive fahren, Fontenín Sche Hepson,ocratic, und 193 Mine. Ach komm 50 Gold, die geht auch noch hin. Also ich mein... Ich lieg mit nem Farb vorne.. Jetzt... ok... Ich sollte davon darüber zu reden.. Dann, dann wird das doch besser. Ich kann alles auf mein Ping schieben. Alles Ping schuld. Das wird sein. Klar. What? Ja okay, das war jetzt grad wirklich Pink schuld, lol. Das ist nur grad so ein Pink, 300 oder was? Nee. 146, eigentlich. Good job. Warte mal. Hör mal auf hier einen Pink zu haben, du. Spiel. Fisst euch aus dem Internet! Ich bin Level 3, das ist irgendwie bitter. Ja man. Ich brauche einen Ground, komm. Komm her! Put! I turned off the Auto. Oh Gott! Dude, das kippt einfach von Asi zu Greenlight. Hast du grad gesehen, ne? Ja. Er hat das ewig geübt, dass ich das da gut hinkrieg, alter! Ich glaub, der hat gewaldet. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ah scheiße! Äh, Achtung, Shyvana kommt hoch. Maul. Höh! Höh! Alter, hachte der Mensch! Maxi! Ich kann nicht! Atmen. Atmen. Danger. Bombenblü! Ist nicht da. Bombenblü! Kauf dir Träne, verdammt. Auf Asien. Natürlich. Oder kauf dir Morellos oder sowas. Das wäre vielleicht sogar noch ne Idee eigentlich. Morellos? Ja. Oh Gott! Ich hab auch schon einen gesehen, der hat sich erst mal stummt. AHHHHH! Uhhh Hyper-Pro! Alter, easy! Ich hatte keine Mana, ich konnte nur einen Soldaten setzen. Weicht. Ist so. Alter Vater. Ich brauch Ulti, Mann. MMMM! Minion hat mich grad was gekillt! Einer hat auch noch was gekillt. Ja. Ei, 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 ei. Heilige... Heilige Mutter Maria, Gott ist in dem Arsch, Alter. Bitch! 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 So, das ist geschaffen. Ich muss aber langsam in die Hand von... Jetzt geht's ihm! Okay, ich muss sagen, von der Beschwerden, Fino geht weg. Was? Aber sie hat, äh, 77 HP. Öh. Also, ich wäre dafür, dass ich gleich einen Blue kriege. Einen Blue. Kriegst du auch. Geil. Ich geh nur nochmal eben pink geworden. Zack. Kein Maler. Nein! Das wäre jetzt nicht Hacke gewesen. Und wieso hatte ich keinen Blue? Äh, äh, Fisch kommt hoch, Fisch kommt hoch, Fisch kommt hoch. Joa, das ist lächerlich. Leute! Älter! Joa, das ist jetzt von mir! Das ist hartloch! Eeeesiii! Good play! Danke. Warte, 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 ich will dich helfen. Was ist denn Blue? Warum brauchst du nicht? Oh Leute, stimmt. Warte, dann helfe ich dir. Kein Zweiter. Schöne Sache, Alter. Schöne Sache. Das war, das war schön. Optimal war das. Opti-mal. Ah, ich krieg den Big Minion nie. Irgendwie. Nie! Hm, ich geh mal Top-Lean. Ja, ich geh auch mal Top-Lean. Oh Gott! Ja, okay. Die ist, äh, die... Dezente Marsch. Leul, leul, ich wollt grad sagen. Oh, du bist ein Big-Wort drin, ich Idiot. Rauf, 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 rauf! Ah! Ich will, ich will kein Gezogen werden. Unglücklich! Alter, ach, der hielt sich immer so hart. Oh Gott! Wo kam die denn her? Jo! Ja! Wo kamen die her? Wo kamen sie her? Oh Gott! Mein Bildschirm hat kack grad wieder ab. Na 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 Na! Das war echt grad scheiße von uns. Oh nö! Egaaaah 2-1 ist ok. 2-1. IST O brakinglockeee! So, dass er Magic befieße Schuhe holt. Was? Die Mananca Americans die besten sind? was die menschen mehr geschossen aber auch die besten merkwürdigsten weil du einfach die zähigkeit hast ja und 30% echt viel ein bisschen so ich mach kurz man verpiss dich von mir mein ping zerstört mich gerade so ein bisschen so ganz dezent wir sollten man drag machen das wollte ich auch sagen meine fresse Junge der Asi hat mich gerade gefickt was war das denn heilige kacke kann ja mal gehen na toll geht dann nicht mehr rauf alter ich bin verrückt aber nicht lebensgüte ich hab meine ulti grad mega gefällt ey ich bin auf dem weg zum dragon ich glaub mit meinem ping kann ich da ja gut das von dieser ping geht mir richtig auf den piz oh no alter alter ist der blubuff da cool blubuff ist da hier ist der shibana da kommt aber gleich ein fisch hab ich so das gefühl kauf ich bin tank oder an der schaden auf meinem item hä ist mir egal wuuu alter geht ab bei dir easy gut dass ich mich muten kann ich wurde nämlich gerade gestört alter vater mal hab ich übrigens reden nicht weil mit dem ist mir egal hä ja gut ja ich meine gut dass ich mich später muten kann also dass ich das dass die audiospur muten kann da ist sagt er länge ich bin zwar level 7 aber juckt nicht hei joi 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 halt ich komm mit ich brauch nur mana ja er hat gewartet ja lass mal blubuff machen oh ich sitze einmal warm nicht der lange reicht schon naja ich geh weg Machen Maxi Egal, ich mach mit Aula jetzt auch genug Schaden Ich hab noch keine Ulti, die ersten 40 Sekunden Das hatte ich gesagt, na gut Na Fiora, scheiß Idee Julian! Ja, easy Julian, scheiß Idee Warum? Ich dachte, Fallout, ich hab ja getankt Ja nee, Alter, du solltest das nicht tanken Wenn du nur 1000 Leben hast Und gegen den Dario spielst, Alter Keine gute Idee, Mann Keine gute Idee Überbewertet Wo ist das Lebensding? Ich würd mal sagen, easy Easy Ich hab mir das gegen den Fisch irgendwie schwerer vorgestellt, muss ich sagen Ich hab auch gedacht, du bist die Sucks irgendwie voll rein Ja, aber irgendwie so ein Null Vor allem, er versucht mich die ganze Zeit zu Diven Ich hab grad easy seine Ulti gedodged über meine E Aber so eigentlich total ungewollt Egal Hat gewirkt Das war schön Das war echt schön Die Asie Plays, Alter Die Asie Plays Was? Die sind einfach real Okay Ja, Mann Total Und das, obwohl ich die ganze Zeit schon im Pingen hab Auch für dich schön Hallo Hallo Ich hab's nicht mitbekommen Muss ich sogar sagen Kommt sie her, kommt sie her, kommt sie her Die kommt nicht mal her Oh Mann Mann, dieser Ping Wird immer näherfiger und näherfiger Dragon ist in, ähm, Minute 30 Oh Gott, da ist ein Fisch Mann, ich brauch mal einen Kiel Sorry Was für Mann, wenn du gefehlt bist, ist GG Schade, Blubuff ist nicht da Ja, ich geh bitte Soll ich dir den Stil? Nein Böser Maxi Oh Mannu Also Tim hat ihr eigen geschafft, gankt zu werden, wenn ich grad Base gehen Wer hat's geschafft, gankt zu werden? Nein, die nächste Mal, wenn ich gerade bestgepordert bin Kommt nur ein Gegner von allen wieder und fickt den Teamkümmer rein von uns Lol Er ist nicht gut Und sie ist tot Schade und repariert Ja, bringt ihr aber nichts Sie hätte noch einen Hit drauf machen sollen grad Dann hätte sie sich noch gegen gehealt, denk ich mal Aber ich mein, gut, äh Zum Glück steht der Darius bisher nur 0-2 Äh, 2-0 Ah, das ist der Wayne Der Wayne kommt hoch, ne? Achtung 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 Easy Das ist grad aber nicht ganz so geil hier Geh weg Easy 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 reorgan ь ich glaube ja der ali geht ab hier kommt doch nicht ja der ist abguckt das was ihr regelt ist einfach so 72 ich meine ich beschwere mich jetzt nicht oh gott ja fisch ich wollte gerade sagen dass die sona überlebt schade ja man ab den zeit von ulti halter oder 30 sekunden von deiner ja ich war noch ein red buff nein das heißt der gegnerische red buff müsste da sein das hier mit red buff ist ganz gut ist ganz cool ich gehe mal wieder top lane ob er das packt kommt sie wird nicht überleben aber ich weiß es als parietisch heiße jetzt hasse ich dich ist gestorben aber du hast den kämen bekommen die du haben wolltest du ich auch das ist noch nicht mitbekommen haben sollte sich mit du bleibst hier ich weiß die ulti war wahrscheinlich eher unnötig aber egal als auch der sterben wird ja und sie ist rot ja das war scheiß ping ok es war halt kommt meine ähm äh äh weg daschen kuh kommen wo nicht mein ping destreut mich destreut zerstört mich ja man ich spiele die ganze zeit mit einem ping von 130 ich komme ja an sich komme ich ganz gut klar in manchen momenten habe ich halt diesen nicht diesen gefühlten 130 ping sondern den der ein bisschen höher ist so dass du einfach ja so 500 bis 1000 das gefühl es steht da 230 aber du hast das gefühl du hast extrem package lost ja klar es ist ja einfach nur nervig immer noch mit scheiß leitung du kennst mein internet man wollen wir eben nicht das ist das problem also ich schon ja aber toll die anderen noch nicht die anderen noch nicht mach's wie ich zahl's selber hehehehe von was für nem geld denn geh einschaffen ja mann so leute braucht ihr ne nutte? sagt bescheid jitte 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 fach ich nicht so gyrus kommt wohl mann was ist denn jetzt los? maxi nein! nein! oh dieser AP Alistar warum ist man denn AP Alistar? mann das scheint zu funktionieren warte hat die caitlin gerade den killer in den fisch bekommen? oh das ist uncool das fände ich uncool oh ja gut caitlin oh ALTER aua ja fehlt ne diaries dg alter da konnte caitlin nichts machen aber scheiß die wand an der typ macht damage ja mach mal dragon endlich ey ja mach mal ja los jetzt mach mein blubuff ist auch bald da geil na la 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 las naps 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 nanapa na nanana blubuff haben wir hier Nnnnnnnxxxxx Oho Shibala Oh nein! Immerhin hast du den Dragon bekommen Ich setz mal ein Tower ne? Tut was Nicht dass wir noch ein bisschen Oh Gott! Äh ok Er hat Ulti angemacht und ist durch den Tower gerannt Kann man machen Ja Ich weiß Schwander, boah, das geht Oh langsam fangen einen Schaden zu machen Ich geh so schnell Ich geh so schnell Nicht erst jetzt Mann, die Vayner grad überlebt Nicht cool Hilfe Hilfe! Geh mal weg! Bei den Leuten Ok, das ist mal eine Stechungfrist Der Darius Wie war das? Schade, aber besser als der Wirtschaftsjahr Andersrum Alter! Alter! Junge! Ja, nix! Komm schon! Komm schon! Nein! Alter! Der ist voll live, Alter Was ist los bei ihm? Die brauchen dringend ein schwarzes Beide Eigentlich müsste ich ja tanken, aber ich muss ihm auch Schaden machen, sonst mache ich keinen Sinn Alter! Junge, das ist Damage Mann! Ich hasse es Ich meine, ich hätte ihn ja easy gekillt Das wäre ja nicht das Ding gewesen Aber dieses Ich stand mal besser als 8,5 Ja, 8,1 Egal Es liegt nicht immer im Internet, es liegt an LOL Ok, cool Deswegen hab ich Lacks Schön Warum weißt du? Meint die Sona Ich glaub ja einfach mal Ich hab keinen Peg Halt die Fresse, du hast Peg'n Nein! Doch Äh, kommst du? Top-Mod kommt Nein Warum muss ich denn Top-Mod kommen? Könnt' ich die anderen Top-Mod kommen? Ja, aber geh doch selber Top-Mod anstatt zu junglen Öh? Da der jetzt Ja, ich hab einen Top-Mod Das ist Selbstmod Ja und? Soll ich mal auch nach? So? Selbstmod kannst du am besten Nein! Ich hoffe, das war schneller als mein Smile Was? Was? Auf den Alli Loll Fick dich Darius, deine Mutter, Alter Rache Rache Cheat your life, Alter Nein! Baron Nein, Baron Baron Männlich 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 Weiblich Oh, kack, Junge Jules Was wird er? Fuuu Easy Männlich Männlich 222 Mann, ich will mir kein Sonias holen Sonias ist kack hier geworden Ja doch, die Active ist ganz gut Mäh Ich brauch ein bisschen Rüstung gegen die Gegner Gegen die Gegnerz Ich hab gerade viel Ah, hau rein Sonia Ist okay Man sieht sich im nächsten Leben Okay, 3, 2, 1 Äh Tower Leute Mann, wo rennt ihr denn hin? Rett doch zu mir, nicht zu Fiora Ich glaub, Fiora hilft mir Es könnte sein, dass Fiora tot ist Kommt er mir? Mag's nie Geht er weg? Oh, du bist rot Heils auf, Alter Ha, der Fisch wollte da gerade rüber ehen Rüber, du Fisch Get out Are you fucking serious? Easy Ja, bei mir gar nicht so Mann, Ping, verpiss dich von mir Hey, das ist ein Darius Hey, das ist ein Darius Hey, das ist ein Vein Das ist ein Vein Oh Gott, da ist ein Darius Alter Alter Irgendwie hat mein Blubuff Das ist ein Shavanna Das ist ein Shavanna Das ist ein Shavanna Hol die Reichweite fast Report my team Ja, machen wir Was? Komm her Junge, auf die Fresse Obwohl, zu pushen eigentlich schon Ja, aber gepusht haben wir uns nicht cool Man movement einfach Oh Gott, hier ist ein Fisch Oh Gott, hier ist ein Fisch Ich hab keine Mana, Mann Ich hasse es Findest du das Findest du das und du es lässt sich Äh, Erzengel zu kaufen? Ja, ist Ich find's Na Mann, allein an diesen Stab voll zu kriegen Weiß ich nicht Das gibt ihm eigentlich ziemlich gut Na, geht Ich glaube, ich hol mir einfach mal jetzt ein Frozen Heart, Alter Ohne Scheiß Ich verkauf mein Sohn hier erst gleich Mal gucken Tschuh, mir ist echt ein Frozen Heart Einfach nur wegen der Mana, Mann Und der Rüstung Oder hol ich mir ein Frozen Heart? Lol, warte, Hextech Oh, hm, 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 hm Feuer deine Seife Ähm, ich find die Mit dem, wo du nach vorne rusht Irgendwie geiler Auf was anderes ziemlich geiler Also muss man sich anschauen Ja klar, aber die gibt keine Mana, glaub ich, ne? Nein, die gibt Leben Proto-Protobelt Aber ich will Mana und Leben, ähm Scheiß Tryhard Ja, bin ich Was dagegen? Go, Alter! Das war knapp Ja, Mann Ja, mach mal GGW Ja, Mann Ich find auch, das ist GGW Ja, wir probieren Ja, mach mal Ich fahm noch weiter Ja, mach mal Ich fahm noch weiter Ich fahm noch Hey, die U-D-Taste auf der 3 immer noch 66% Lapplingzeit, ne? Was? Man U-D-Taste auf der 3 immer noch 66% Lapplingzeit Alter, meine Ulti hat 55. Na gut, ich habe aber auch 45% abgekriegt seit Verringerung. Ist ja gut. Ja, da habe ich mich gesorgt. X-True-Act. X-True-Act. Leute, Darius. Das war richtig close. Das war echt close. Das war close und mir wusste mal, ey. Äh. Oh. Oh. Zählt. Oh. Warte mal. Oh. Hextech ist ja gar nicht mal un-OP auf Asie, weil normale Angriffe mehr Schaden verursachen. Zählt das für meine Soldaten ja, ne? Die zählen ja als normaler Angriff, oder nicht? Äh. Davor habe ich mich was gehabt. Das habe ich auch schon mal überlegt. Müsste ja eigentlich. Die will ich einfach zerstören. Als ob so noch den Killer einen Fisch bekommen hat. Mano. Dein Ernst. Ich kenne das Gefühl, Catelyn. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Sehr gut. Wie viel auf einmal tank ich das als ich. Ja, sie hat verstanden. Niemand tank wird. Justless Ulti. Du kommst hier nicht weg. Verdammt. Ali. Komm zu mir. Ich fick dich in der Base. Das war mein Kill, du Spaß. Du bist mein Täter. GG Leute. GG. Das war ein schönes Game. Das war ein schönes Game. Ja. Ich habe was gemacht. Ja. Ja. War witzig. Ja definitiv. Witzig. Spitzig. Äh. Ja man. Ich bin wieder Silber 1. Wuh. Ich habe ein Schlüsselfragment bekommen. Und ein AS- mit Asir. Ich habe gerade eine Kasse gekriegt. Ich habe Schlüssel. Aufmachen. Oh man. Schön. Useless Jungle. Ähm. Ich fand ich. Ich war da gar nicht mal. Okay. Ja gut. Mhm. Also was ich gemacht habe war schon. Darius Braille AFK. Darius war derjenige der uns keine Probleme gemacht hat. Ja man. Das ist echt. Ich hatte gegen den Schlags. Mit Fiss zusammen. Und Alissa. Weil einfach Burstavage gemacht hat. Ja gut. Aber Fisch war easy alter. Fisch war kein Ding. Ich fand die Aktion Gast, dass ich wirklich erschrocken war. Ja. Ja gut. Ich bin eigentlich in den Busch. Fuck. Ah. Das war's. Mit dieser Runde. Die Liga der Legenden. Ah. Komm mal klar alter. Wir sehen uns bei DAS nächste Mal wieder. Haut. Bye.